Eine 5-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Wiesbaden. Die Immobilie wurde 1900 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche und drei Parkplätze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei einer Wohnfläche von ca. 154 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 1600 Euro. KP International steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Bei einer Wohnfläche von ca. 155 Quadratmetern. 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 Vielen Dank.